8 uhr 30 die frisur sitzt guck dir die plöre an was ist da drin morübe rote beete zitrone limette fein die limetten sind hammer guck mal die sind spitze da ist kein zeug drin keine fransen die zitronen sind ein bisschen fransich die sind nicht gut durch die maschine durchgegangen meine saftpresse ist eine diva wirklich sie ist mit sie anzusprechen hat schon mal so eine schnecke hier sehen hier so ein ding die ist sehr sehr powerfully das ist ja noch blunder drin da müssen wir aber noch mal sauber machen ja das schmeckt gut was ist das sind drei liter jetzt hier wurden aus zwei kilo smöhre brösel und zitrone feinen acht stück eine charon frucht wegen der faserigkeit neu und zitronen jetzt ist nicht jedermanns sache aber die roten sachen die roten sachen sind gut und wie gesagt meine saftpresse ist eine diva also sie ist nicht weniger diva als ich vielleicht bin so genug jetzt hier ich meine saftpresse ist eine diva jeder kriegt den saftpresse ist eine diva jeder kriegt den saftpresse verdient ha ha ha